Ja, dann, äh, schauen wir doch mal. Vielleicht müssen wir die Kiste dazu nutzen, um wieder in das... Weil es sieht so aus, als würde das Licht uns immer umleiten. Äh, äh, ich hab die Gehälkehle auf dem Kopf. Huh? Ja. So, jetzt in die... In die andere Richtung. Aber wo müssen wir hin? Oben, unten? Ich hab keinen Plan. Ich weiß es nicht. Nein, nach oben, oder? Nee, da rüber. Huh? Uah! Ähm, äh, äh, ähm, 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 ähm... Ähm... Huh? Da müssen wir bestimmt hin. Vermut' ich mal. Aber... Wieso wir denn... Ich glaube, dieses Rohr, was da abgebrochen ist, ich glaube, das kommt gleich, wenn ich das richtig sehe. Black Skull, ich grüße dich. Black Skull, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zur Limbo. Ja, ich glaube... Ja. Flex, nicht zu früh springen. Hallo, hallo, nein. Oh, nein. Na, ach, ach, der geht ja in die andere Richtung. Nein! Shit, ich hab's total vergessen. Huh? Ach, Mist, wir müssen ja noch... Stimmt ja. Wir müssen ja noch die Richtung ändern. Nein. Fuck, ich hab's total vergessen. Verdammt. Ja, dann beeilen wir uns mal. Grr, bin was suchen. Okay. Was? Morgen um 6 Uhr aufstehen? Das sind die Ferien? Was machst du denn nur früh wach? Gibt's da was Besonderes? So, jetzt aber. Jetzt sind wir richtig. So, und jetzt können wir natürlich auch warten auf das Röhrchen. Dann kommen wir endlich weiter. Jawohl. Ich freu mich voll. Jawohl, ich freu mich voll. So. Also auf jeden Fall werde ich die, ähm, weil ich ja gleichzeitig auch am Aufnehmen bin, also live, live mäßig hier am Aufnehmen bin, den Stream. Ich denke mal, das mit der Watte wird wahrscheinlich ein Highlight werden für wieder so eine, ah Gott sei Dank, für so eine Highlight-Folge, für Weihnachten oder sowas. Was ist denn da hinten? Hallo? Ach, gar nichts, okay. Hm? Wir fahren mit dem ICE nach Hamburg ins Musical, aber da muss er früh aufstehen. Okay. Der kleine Mischel läuft über die Dächer. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube nicht. Äh, viel Spaß noch. Bin mal mit Freunden zocken. Bis bald. Ja, mach's gut. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen lieben Dank und vielen lieben Dank für den Follower. Man sieht sich, wie gesagt, jeden Freitag, Samstag 20 Uhr, Let's Play Live Show. Cool das Stream. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Habe ich nur euch zu verdanken. Euch und dir. Natürlich. Na? So. Jetzt sind wir irgendwie... Verdammte Watte. Habe ich immer noch überall. Habe ich immer noch überall. So. Ah. Scheiße. Okay, ist ein Hotel. Ja, sieht ja sehr einladend aus hier, so Hotel. Würde ich sofort ein Zimmer nehmen. Vor allen Dingen, sieht aus wie ein deutsches Hotel. So vom Wetter her. Muss ich jetzt wieder zurück? Kann das sein vielleicht? Hui. Ah, Tatsache. Huh? Hallo? Wer suchet, der findet. Also vom Wetter her würde ich echt behaupten, es ist ein deutsches Hotel. Boah geil, würde ich sofort ein Zimmer nehmen. Definitiv. Mit all inclusive. Mit mehr Blick, weil man ja auch so viel mehr sieht. So, danke für den Follower, BlackSkuld. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Boah, ihr seid so geil ohne Scheiß. Heute schon wieder so viele Zuschauer. Seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Alter. Huh? Uah. Ah. Mich juckt schon wieder. Alter, das gibt's überhaupt nicht. Wieso juckt mir mal die Nase? Das ist unfassbar. Unfucking fassbar. Ah. Eine Glaskuppel? Hm. Erstmal Prost. Genau, erstmal Prost. Zum Wohle. Wisst ihr was? Ich schipp mir mal eben hier was ein. Ach, ich glaube, ich hole mir gleich was anderes zu trinken. Bin ich ganz ehrlich? Ich hole mir gleich was anderes zu trinken. Nesta, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Prost zusammen. Bin ich zu überlegen, ob ich Limbo nicht auch auf YouTube hochlade. Hui. Was mache ich denn damit? Ist das richtig? Huh? Ah, Moment. Warte mal. Hab schon 14 Mal durchgespielt. Cool, Goldi. Geil. Schön für dich. Geil. Freut mich. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Probier's mal von hier. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Nein, das ist falsch. Verdammt. Nein. Mann. Ich bin jetzt auch da. Ja, supi. Willkommen. Baba. Ich schaff das, was? Secret Level einfach im Netz, was man da erstmalig durchspielen macht. Äh, machen kann. Nur im Dunkeln. Und es soll da drei Segen sein. Okay. Was ist denn das? Was soll ich denn? Neuen Follower. Oh, vielen lieben Dank. Dankeschön für die Followers. Vielen lieben Dank. Vielleicht einfach mal so. Ist das richtig? Aber ist klar, es geht irgendwie nicht kaputt, ne? Oder, ah, warte mal. Müssen wir da oben irgendwie hin? Kann das sein vielleicht? Ist hier oben vielleicht irgendwas? Ah, guck mal eine an. Hallo. Nein. Was ist denn hier oben? Hallo. Na. Sieht aus wie ein Nagel oder sowas. Was können wir denn, können wir da was machen? Komm ich gar nicht dran. Na, amt, RW2209 WE. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zu Limbo. Limbo. Hm. Hm. Okay, kann ich nichts machen. Juhu. Vielleicht probieren wir es mal so mit Schwung. Vielleicht bringt das ja was. Na. Hallo. Hallo. Michael. Hui. Na toll. Hm. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Na. Was ist los? Weil ich glaube, da oben ist irgendwie was, was wir vielleicht gebrauchen müssen. Können, müssen, wie ihr sieht. Yay. Okay. Aua. Das war unerwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war echt unerwartet. Okay. Ah, so muss das also. Das Spiel gibt es im Store. Ja. Kostenlos für Playstation Plus Mitglieder diesen Monat. Könnt ihr euch kostenlos runterladen und selber spielen. Juhu. Alter Schwede. Äh. Äh. Boah. Alter. Alter. So. Was ist das für eine dämliche Falle? Ach, guck mal. Hier ist der Pfeil, den wir runtergefallen lassen haben. Komm. Kommt der rauf? Ne, kommen wir nicht. Okay. Weil da oben ist noch so ein Seil. Wer baut denn so eine dämliche Falle? Naja. Ja, willkommen zur letzten... Alter. Guck mal hier, schon wieder. Sieht man das? Schon wieder so ein Faden hier. Es ist unfassbar. Schon... Äh. Unglaub... Oh nein. Bitte nicht. Äh. Ah, toll. Höh. Schon wieder so ein Gehirnkleber. Gehirnkäse. Dem wir... Ach, deswegen die Falle wahrscheinlich. Erinnert mich irgendwie einmal an Futurama. Die Hypnokröte. Oder beziehungsweise... Wie hießen nochmal die Dinger, die am Kopf waren? Boah, ich komm nicht drauf. Und ich als Futurama-Fan, ey. Golfclub ist ein tolles Spiel. Und sehr günstig im Moment. Okay. Ja, ich bin aber nicht so der Golf... Ich meine, früher habe ich sehr gerne zum Beispiel dieses Outlaw-Golf gespielt. Aber so... Ich glaube, so richtig faszinieren kann ich mich da irgendwie nicht von... Was muss ich jetzt tun? Äh... Was? Siehst du den Bart wieder an oder hast du... Also, äh, Santa in die Wüste geschickt. Habe ich Santa in die Wüste geschickt? Könnte... Könnte bei mir gewinnen. Den nächsten... Na, Let's Play Live Show. Könnte das bei mir gewinnen. Sieht komisch aus. Sieht aus wie Sonnen. Ich bin... Uah! Ich bin der König, damit! So, uah! Vielleicht soll ich auch mal springen. Olle Autokorrektur. Ja, das ist immer schlimm. Bei Handys vor allen Dingen ist das immer sehr nervig. Ich glaube, das war falsch. Oder? Nein! 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 Ah, okay. Verstehe. Wir müssen die Kiste wahrscheinlich nutzen, um über die Säge zu springen. Alter Schwede! Sah zumindest dann da raus. Ich glaube, der Knopf ist dafür. Ich bin jetzt in dem Alter, wo man an Golf denkt, okay. Wow! Alter! Alter, Alter! Das ging gar... Das ist überhaupt nicht guter Spiel. Das wird von mir ne, 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 USK Null bekommen. Mach schneller! 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 ist das denn bitte? Das ist ja voll fiends. Höh! Oh! Das gibt's doch nicht. Man muss echt relativ spät abspringen. Oh Gott. Jetzt läuft er die ganze Zeit weiter, ne? Verdammt. Das müssen wir jetzt schaffen. Das müssen wir jetzt schaffen. Erst dann gibt's ne Pipi und Pupu Pause. Hier in der Let's Play Live Show. Vorher nicht. So ab 40 aufwärts grins. Ja Mann! Ja Mann! Ja, 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 ja. Ich geh mal hier lang. Guck mal, wo wir hinkommen. Hui! Okay. Oh Gott sei Dank hat er da... So, jetzt war's. Da bist du doch in der Blüte deines Lebens. Ja, das stimmt. Mit 40 blüht man richtig auf. Da muss ich Lex ihm recht geben. So. La 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 la. Ähm. Da komm ich doch niemals rauf. Niemals nimmer. Ah, vielleicht so. Kleinen Moment. Mit Gewichtverlagerung. Jetzt. Nein! So haben wir da eine Säge, oder? Ich hab'n schwarz. Ah ne, hier. Hier sind wir. Müssen wir erstmal ein bisschen hin und her wippen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt an der Stelle, machen wir jetzt eine klitzekleine Pippi- und Puppe-Pause. Schipsoll-Pause, Trink-Pause, Raucher-Pause. Keine Ahnung, was für eine Pause. Und dann sehen wir uns gleich spannend wieder bei der Let's Play Live-Show. Und ihr schaltet dann, äh, ja, vielleicht auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ich die Folgen hochladen werde. Weiß ich nicht. Mal gucken. Schaltest du wieder in der nächsten Folge ein. Und ihr jetzt hier im Livestream, äh, ja, würde ich sagen, bis gleich dann. Ich binč� with zwei Mal. Ich bin kurz drauf. Ich bin in derzeisse Djibatze. Vielen Dank.